aber fand ich schön also ich mein gut beschuldigen in der ersten runde war wieder nicht too much ja wirklich aber durch diesen fehler weil ich es nicht hatte mit dem admin war es eigentlich aber auch richtig wohl ja ich war auch also die leiche lag ja auch nicht und ich war auch gar nicht drin also von dem admin-dingens das lag zwischen schild unten rechts und cockpit ich sage jetzt mal das ist ein spiel das ist wie im echten leben wenn man meint der einen ist er nun mal einer irgendeiner wenn er meint er will was also wenn du in der ersten runde ein beschuldigt dann frisst sich das teilweise durchs ganze spiel obwohl das gar nicht stimmt ja das ist wie im echten leben ja jetzt angeklagt recht angst er hat die frau angefasst und seitdem bist du ein anfasser ja das ist wie wenn du einmal angezeigt wird bespricht sich rum wegen einer bestimmten tat obwohl unschuldig bist jetzt trotzdem für alle leute ist schuldig ja du bist dann trotzdem die daten immer ein auge auf dich ich beobachte durch der der kiste ja hier muss aber zu dem mikrofon die box halten weil sonst würden sich den ganzen ständen doppelt ich schäme mich ja warte kurz ich will noch kurz kannst du mir doch kannst du mir doch kurz ein bier bringen ne der mit seiner handpuppe ne jetzt bitte jetzt sofort ne ist kühle ja danke also ja dankeschön dankeschön kannst du wieder gehen kannst schlafen geht tut mir leid ja ich wünsche dich nach ok alles gut bücher muss es sein so muss es sein ja es geht da wirklich geht schlafen oh ja schau wieder muten muten microphone muted microphone muted microphone muted sowas mich locker ここ da 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 tut tut Kann nicht sein, das kann nicht sein. Immer die gleichen Leute, das ist so schlecht programmiert. Mmmh! Was ist das? Soll ich das jetzt noch? Also ich kann Manuel safen, ich bin die ganze Zeit mit ihm, also fast, außer ganz am Anfang bin ich mit ihm umgelaufen, seitdem ich die Karte durchgezogen habe, das war, das war Ja, Firefood war ja auch bei uns, oder? Stimmt, eigentlich war nur, obwohl Firefood ist dann nach unten gelaufen, also er hätte wieder zurücklaufen können und dann Richtung Dinger, also Richtung, wo ist die Leiche denn? Was ist das? Im Kommunikationszentrum, das heißt, wenn man vom Speisesaal ganz runter geht, dann rechts und dann wieder runter. Nee, einfach direkt rechts, einfach runter und direkt rechts. Da wo du zum Admin ist, glaube ich, da wo du die Karte durchziehen musst und den Dinger da. Da ist auch Kommunikationszentrum. Weiß ich nicht, ich kenne die scheiß Begriffe nicht. Auf jeden Fall lag da die Leiche, und zwar Nass Trump. Und Pipi Kaka lag oben bei dem zweiten Generator, ich habe ihn aber nicht reportet, weil ich erst die Quest im Medical machen wollte. Was hast du denn eigentlich so gemacht, Muze? Ich habe dich die ganze Zeit nicht gesehen. Wenn ihr klumpt, ist es logisch, dass man niemanden sieht, ne? Ja. Also ich war erst. Stimmt, ihr zwei wart die ganze Zeit zusammen. Ich war kein Questen, das habe ich auch nirgends so gesehen die ganze Zeit. Wir waren erst am Ende zusammen. Wenn ein Team klumpt, dann macht irgendjemand oder ein, zwei andere halt alleine die Quest. Ich war oben wettend. Ich war auch mal einer. Kommunikationalarm, dann wollte ich da losrennen, bin dann wieder zurückgerannt und dann ging Reaktoralarm. Und dann bin ich da über Cafeteria wieder losgerannt. Was mich eher gewundert hat, Marmelade war doch das Firefood, als der Alarm losging, nach unten links gegangen ist. Anstatt zum Reaktor. Ja. Aber ich glaube auch, Mose nicht so, weil so lange, also ich, uns kam kein Schwein entgegen. Also ich habe mal eine Frage. Ja, ich habe meine Rute ja gerade gesagt. Nee, als der Alarm los. Ich will Mose. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nee, das muss ja auch nix. Das ist völlig unsinnig. Äh, Unternehmen, was ich eigentlich fragen wollte, als der Alarm losging, warst du schon mit Marmelade unterwegs oder nicht? Nee, aber da haben wir uns da getroffen. Und seitdem waren wir unterwegs. Deswegen meine ich ja, du weißt ja nicht, ob... Ja, es hätte auch erst sein können, das stimmt. Das war ja unsinnig. Das war purer Glücksbrot jetzt wieder. Ja, aber ich hätte entweder auf dich oder auf Firefood. Und Klumpen? Ja, also wenn Dauer geklumpft wird, dann... Nee, wir haben ja zwar...